Warum dürfen Muslime kein Schweinefleisch essen? Aus demselben Grund wie bei den Juden, weil es geschrieben steht, dass es verboten ist. Aber es steht auch in der christlichen Bibel drin, die behaupten, Jesus habe das alles aufgehoben. Das behaupten sie. Aber egal. Und wenn rauskommen würde, Schweinefleisch ist das gesündeste, beste, was man essen kann. Was natürlich nicht rauskommen wird. Aber selbst wenn, würden wir es nicht essen. Warum? Weil es so geschrieben steht. Und wenn wir uns an eines nicht halten, was geschrieben steht, dann brauchen wir uns an die anderen Dinge auch nicht halten, oder? Amen.